Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Life is Strange und wieder direkt ins Geschehen zurück. Ich bin froh, wir hier zusammen. Ich glaube, wir brauchen zu sprechen. Keine Worte. Es ist alles gut. Ich bin froh, dass du auch mit mir bist. Was ist passiert, Max? Wir müssen Nathan finden jetzt! Er wird mich nicht verraten. Ich bin froh, Warren. Chloe, warte, hör! Ich kann gehen und hör, okay? Stopp und hör auf einmal! Okay, Max. Ich hör. Chloe, du kannst nicht in diese Party gehen. Du kannst nicht sterben, wenn du das machst. Du hast deine Macht, richtig? Und du hast mit Zeit und ich sterben. Nicht so. Du solltest mich aufzüben. So, da ist keine Art Punk-Bisch Nathan Prescott, die mich zu verraten. Du hast recht, er wird nicht. Mark Jefferson hat dich zu töten. Und andere. Jefferson, die Art-Teacher? Das ist scheiße! Nathan ist der fucking Serial-Killer. Wir haben die Beweise. Jetzt, entschuldige mich, ich gehe nach der Party, um zu sicher, dass er nie jemanden wiederholtzt. Du bist wieder? Um... Die Beweise. Ja. Nathan ist tot, und du bist in Gefahr. Der Scheiße ist bereits tot? Wie du das wissen? Weil ich da war. Kannst du mir genauer erzählen, was passiert? Bitte. Um... Die klare Aussage wäre Y. Mhm. Jefferson hat Rachel und ein paar andere Mädchen. Er hat auch Nathan manipuliert. Und... Er hat ihn töten. Dann ist es Jefferson's turn, um zu sterben. Ich verstehe, warum du das nicht willst. Und ich will dich nicht schweben, für dich nicht mit mir kommen. Chloe! Wenn ich total stark und ehrlich bin, wird sie hören. Ich bin ihr bester Freund. Das war anscheinend nicht das Richtige. Dann... Machen wir mal das hier. Okay, das ist also auch direkt falsch. Dann müssen wir quasi die rechte Schiene nehmen über Nathan ist dead. Nathan ist dead. Und... Dann... Machen wir X, weil ich glaube, sie hat ja gerade gesagt, dass sie auf die Freunde... Ja. Chloe... Jefferson... ...druckt und schädigt mich. Ich bin in der Bunker. Du hast keine Ahnung, was ich durchgebrachte, um hier zu kommen. Aber ich kann nicht, dass du dich sterben. Du bringst mich hier zurück und ich kann dich wieder verlieren. Ich werde nicht. Max... Ich bin so sorry. Ich bin derjenige, der dich in all diese Scheiße. Niemand, besonders du, sollte dich durch das... Ich... Jetzt müssen wir Jefferson stoppen. Mit einer Bunker. Nein. Nicht so. Chloe, ich... Ich kann nicht weiter fixieren, wenn ich alles mache, ist, dass ich es immer wieder zu verbrechen. Ich weiß, wie es das aussieht. Und... Ich bin Angst, dass ich alle diese Alternateiensten verbrechen habe. Warte... Alternateiensten? Was bedeutet das, Max? Was hast du gemacht? Ja, jetzt ist die Frage, was wir sagen, was wir gemacht haben. Ähm... Chloe, ich... Ich... Ich werde dir die Wahrheit, vor allem, was ich... Ich verabschied hab. Ich verabschiede meinatz. Ich verabschiede dein Verdecker. Und ich... Ich verabschiede dein, was ich... Ich verabschiede meine, ich... 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 Max... Ich habe ihn von ihm verlassen, aber... ... aber du kamst in eine Auto-Crasse anstatt. Du sah mein Vater wieder? Du... Du war komplett verabschiedet. Und... Du warst in Schmerz. Du warst langsam zu sterben. Und... Du... ... du hast mich zu... ...ein dein Leben. Und ich habe... ... für dich. Ich... Ich... ... ich wollte nicht auf die Zeit oder in der Zeit in einer Zeit, oder in der Realität. Ich... ... Ich... ... ich... ... ich konnte nicht mehr daran denken, mit dir zu gehen. Gott, Max... ... das muss man... ... das muss man für dich gut. Ich... ... ich... ... ich mich sehr, ich hatte das zu fragen. Es war für dich... ... aber... ... ich... ... was würde passieren. Und... ... und... ... und... Ich verstehe alles, und... Ich will niemals dich verletzen. Ever. Du musst mir glauben. Natürlich. Du denkst, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich diese Situation verstehe? Niemand würde. Die wichtigste Sache ist, dass wir wieder zusammen sind. Du bist richtig. Das ist... Das ist warum du mit mir gehst. So wir können zusammenbleiben. Und... Ich verstehe, Max. Aber... Du denkst, dass wir den Jefferson wegnehmen müssen? Natürlich nicht. Wenn wir zu David sagen, er wird uns glauben. Und er kann ihn wirklich verletzen. Genau? Ich verstehe das nicht. Warum glaubst du ihn, nachdem du ihn richtig verletzt hast? Er ist noch nicht in unserer Wohnung. Ich verstehe. Chloe, David hat mich aus Jefferson gezogen. Wenn er nicht in der Dark Room zu verletzt hat... Ich würde jetzt sterben. Max... Ich habe keine Ahnung. Ich sollte dich schützen, aber... Ich bin sehr dankbar, David war da. Wie ist dein Plan? Wir sagen ihm alles. Wir sagen ihm alles. Including, dass Viktoria ist in danger. Okay. Du hast da so viel gemacht. Ich... Ich glaube dich, Max. After all... Ich bin noch dein Vertrauen. Ja, du bist. Ich bin noch nicht in der Zeit. Ich bin noch nicht in der Zeit. Ich werde nicht wissen, ob das passiert. Niemals. Wir müssen in deinem Raum bleiben und nichts tun. Wir müssen in deinem Raum bleiben und machen. Dann, wir erklären alles zu David. Und wir haben ihn endlich verletzt, seine Arbeit. Du musst mir genau sagen, was ich gerade getan habe. Ich habe gerade gesagt, was ich gerade gesagt habe. Ich habe einfach über die Zeit verletzt, die Bilder zu verletzten. Will du mir glauben? Ich werde immer glauben, Chloe. Okay, jetzt wird es interessant, was sich dadurch ändert. Mhm. Oh! Oh! Ich sehe, dass Max wirklich zurück ist. Also, wie war dein Zeitpunkt, Mann? Shut up! Oh, du bist alive! Du bist alive! Oh! Wir beide! Ich habe so viel gemacht, Chloe. Es funktioniert. Es funktioniert. Du bist mit mir wieder. Es sieht, dass auch der Tod nicht wir uns entfernen wollen. Und... Und... Ich gehe durch mehrere Realitäten, einfach um... ...zauberen meine ungratwolle ass, über und über und über. Und... Ich hoffe, dass es gut ist. Aber... Ich habe dich nicht verletzt, für mich aus Ihrer Leben, nach all meinen Dramas. Komm schon! Ich bin der Dramas-Dramas-Kinne und Queen von Arcania Bay, diese Woche. Schau mal, was meine Macht hat, in einem kurzen Zeitpunkt. Ich bin... Ich bin niemand. Du bist Max-Fuckin' Caulfield, der Zeitpunkt. Selbst wenn du nicht, du bist ein Kind und Wichtiges, niemand kann eine bessere Welt. Keine. Du hast nicht gefragt, dass es zu passieren, aber es war. Du musst akzeptieren, wie großartig du bist. Vielleicht ich es selbstbewusst habe, oder so. Ich wollte mein Leben immer speziell sein, aber nicht ohne dich. Und es war nicht so, wenn ich mich zurückgekommen bin. Also ohne dich, meine Macht überhaupt nicht existieren. Und für irgendwelche scientifische und mystische Gründe, die wir natürlich nie verstehen können, wir waren zu sein, in diesem Moment in der Geschichte. Ich muss mich denken, dass Rachel etwas hinter den Schaden war, für die Freiheit. Ich würde mich auch so denken. Wir alle, Rachel, Amber. Jetzt erzähl mir alles, was passiert. Du, du weißt, nicht? Wir, wir haben die Partie geöffnet, und wir haben sicher, dass Jefferson uns nicht gefunden hat. Für einmal bin ich glücklich, dass ich in einer realen Fortress lebte. Dann hat der Sturm getrennt, und wir sagten, dass wir sicher in der Leidung sind. Chloe, schau mal! Schau mal! Die Sturm wird jetzt größer, und es kommt näher. Ich kann gar nicht glauben, dass das wirklich ist! Das passiert wegen meiner Meinung! Stopp' es! Stopp' es! Stopp' es sich auf, okay? Wir beide haben uns schon bezahlt. Oh Gott, schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Das könnte es sein, Rachel. Unsere Revenz. Was? Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Oh nein! Wir sind echt wieder hier! Ja! 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 Schau mal! Okay! Aber die... Hä? Unsere Fotos sind auf dem Computer? Äh... Sorry, Kate! Und Kate ist hier... Quasi... Das ist wie so eine Zwischenrealität, wo wir hier sind. Äh... Ist das normal noch? Okay... Ich glaube, jetzt haben wir jetzt alles komplett kaputt gekriegt. Weil das jetzt ja definitiv in der... nicht passiert ist. Oh nein! Genau so wie das hier, dass der Sturm das Lighthouse zerstört. Rachel, das ist wirklich so ein komplettes Zwischenteil. Das ist zwar das Klassenzimmer, aber irgendwie ist es doch alles, was wir erlebt haben. Alles, was bislang passiert ist... Ich werde nicht das Bait nehmen. Ich werde nicht. Ich sehe dich nächsten Mal, Caulfield. Ich werde nicht mehr zu gehen. Ich werde nicht mehr zu gehen. Ich will nur wissen, ob du... Ich möchte nur noch einen Ratschern auf dem Leben auf meiner Schmerz. Deine Purity inspiriert mich so viel. Und wir können uns so glücklich zusammen sein. Wer braucht Selfies, wenn ich dir Portraitum geben kann? Es gibt keine Chance, dass ich das sage. Keine Chance. Weil irgendwie haben wir... Es sind ja alles scheiße Situationen. Aber was sagen wir dir davon am besten? Ich bin gerade so total baff. Und warte, dass ich das sage. Maxine. Und ja, ich versuchte, dass ich dich Maxine kenne. 永久. Das kann nicht sein. Ich glaube nicht. Ich sehe, Max, ich fühle mich nicht. Ich kann das nicht sagen. Meine Selfies sind verdammt. Ich brauche, dass ich einen realen Artikel befreit bin. Ich bin nur ein Poser. Ja. Du wirst dich ausposen. Für mich. Es gibt so viele Angeln, die ich euch mit dem Welt zu exponieren möchte. Ich hoffe, dass ihr keine Niedeln oder Duxttape interessiert. Also da hier keins von diesen Teilen aussieht, als würde das jetzt irgendwas ändern. Ich glaube, ich könnte mir das einfach so lassen, weil da war ja nicht unten so dieses Symbol, dass das irgendwas geändert hätte. Gut. Aber nachdem die Realitäten jetzt komplett ineinander übergehen anscheinend, machen wir hier erstmal eine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder und gucken, ob wir das irgendwie wieder hinbekommen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.